So wieder zurück an die Baustelle Keine Ahnung Ob das Material aussieht Wird sich das sehen Moment Machen wir das Laufen hierüber Keine Ahnung wo das Zeug hinfloppt Wenn ich das aufhehe Wenn ich die Container abbaue Gehen wir erstmal hierher Das ist der Neue, der Alte Der Erste So der Zweier Ist auch voll Es fehlt uns hier Ahja Lead Aber das kommt ja angeblich noch Jetzt muss man die Lead Production noch erhöhen Ach egal Ich muss einfach alle Extractor nachher aus So und dann haben wir hier nochmal vier Und nochmal vier Und dann baller ich jetzt hier den Shit rein Und dann baller ich jetzt hier den Shit rein So Jetzt bin ich voll bis an die Zähne Content Transfer to Inventory Chip Inventory oder was Okay Okay Ohja Ohja Hier war also nochmal jede Menge Hallo drinnen I think you may be trying to take a little too much on Literally Brillion ohne Ende Dass keine Sau braucht Kobalt Nope Nur das der hier So Coffee Bags Knapp 100 Kante lang Copper Green Ich dachte das ist ein Liquid ist nicht Gold Und das auch schon Ja zusammen mit Gold War noch nicht gebrummt Gold auch Ach das heißt das Helium 3 Was ist mit drin Regium Und Geranium Bist du noch da dann jede Menge Nickel Platinum ein bisschen Spice Spice haben wir auch ein bisschen gesammelt Titanium Haben wir auch drin lassen Tungsten Brauchen wir auch Aber Uranium brauchen wir nicht Okay Was ist das Inventory 2700 Copper ist voll Nickel ist in der 4 Hier oben Oh da ist noch Platz Okay Immer Voodoo Ja Hier ist nix Sachen Hm Ich lasse ich gleich das Beinchen Okay Okay Dann können wir eigentlich anfangen Wie war das? Uhrzeigersinn Das heißt von da Das heißt von da nach da Dann mach ich nur direkt alle Komm Achso Das ist das ist schon Das ist Wunsch Es ist Das ist Das ist Ich glaub ich hab hier schon was reingeballert Nicht voll blöd. Einmal Uhrzeuge sind und jedes links nach rechts Dann ballern wir hier mal rein Pyridium Die Zehn dann Pyrrhanium Die Elf Gold Der Rest ist nicht wirklich neu Die Elf Gold Ich bin froh, dass es in den Weg ist. dass man den keinen Namen geben kann, das ist blöd die kiste ist voll, die kann ich noch nicht abrufen gold habe ich lade auf den scheiß hokus pokus dann machen wir oben pläten am rein kann ich auch noch nicht abrufen, auch noch ein paar baustellen ok das ist nur container hier die überschuss waren ja natürlich eigentlich wäre es doch geil, wenn es mal vier sind standard okay hallo okay okay geht mit inhalt okay okay beryllium ist und nach seinem platz im neuen turm ach nee, passt eh alles, das hat ja noch eine ganze 13, wer wäre das denn? 13, 14, 15, 16 ist das hier überhaupt, na guck mal gleich mal ne, die baue ich lieber hierher noch ein bisschen, kann schon gefreestylt sein ist das hier überhaupt, na guck mal gleich mal ein bisschen schief kopf mal hier rein, die eins kopf mal hier rein, die eins da lamentieren wir müssen uns das zu tun und läuft umso langsam zu kurz hier ok, we haben zu cheat hallo hallo Oh ne, das ist Iron. Alus in der 2. Copper. In der 1. Riesenbrocken anscheinend. Berillium in der 7. Passt. Jedem Ende Berillium. Nickel in der 4. Pisten sind auf. Let's go deal, sehr gut. So, jeder von rechts nach links. Ja. Hm, hm. Hm. Florin ist also Liquid, ne? Ja. So was von. Florin. Oh. Okay, sehr schön. Jetzt reinballern. Das ist jetzt nicht zu viel von dem Shit bestelle. Einmal hier in die Schüssel, wenn gut ist. Die Schüssel ist hier. Familie. Ballern wir dann da hin. Ich hab das Bildlimit nicht so stark zu beeinflusst. War. Der Hahn ist der Schüssel. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe Bock noch so einen Tower zu bauen, aber zwei müssen nachher. Der war ganz schön im Hang, das hat auch funktioniert. Müssen wir jetzt wohl durch, los gehts. Lame. Drei müssen eigentlich nachher, ne? Gas und Liquid. Lass mal ein Liquid, dann Gas und dann noch ein Solid. Ich weiß schon nicht, was er wohl ist, aber... Ich habe ein bisschen gedreht, das habe ich schon schoßen. Ich bin direkt an die Grenze. Ungefähr. Ungefähr. Zwei so ein bisschen Platz lassen, dann muss das ja lange. Zack, zack. Zack, zack. Genau so. Ist nichts zu gepresstes. Ganz ohne Erhöhung. Noch einmal klicken. Ja, ganz ohne Erhöhung. Zwei so ein advance. Zwei so ein zweiter. Zwei so ein Film. Ich hab' das Auto gemacht. Zwei so ein Film. 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 Okay. Was ist das für eine Mission, die immer kommt? Hast du Konsolen-Commands? Was zur Hölle hab ich da gedrückt? Habt die Chiefments gesaved oder was? Sehr schön. Scheißegal. So. Ja, das Ganze ist perfekt. Scheißegal. Ich muss die Frames wieder schrauben. Wo musst du denn überstehen? Doch ein ganzes Stück. Also so, oder? Im Ernst? Ja. 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 so gucken wir mal das hier am interface umstellen kann settings controls ist es nur ... langsamer geht es gar nicht outpost flycam translation speed, rotation speed, distance speed, so zoom, starting pitch false starting pitch, in degrees, so it's a starting distance ok translation for penning we're zooming, the fuck is zooming kann ich denn die pitch ändern aha, soll gehen ja puh, ok dann immer die translation speed oh, wo war es, mal testen ah, nice zu langsam natürlich aber es geht das ist natürlich jetzt eine riesengürze ich komm wieder zurück, ja einfach mal random Pesche das heißt die ganze Hütte nochmal neu bauen abstand ist ja nicht zu gebrauchen verarsche ich das spiel ich erkenne ich ja nicht mal das viel ist ich fühle mich ich fühle mich er ist echt eklig er ist echt eklig Intersects with an object. 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 Q&T Change Color Previous Category Das was nicht so verrückt war Repair Object Next Category Das wäre im amerikanischen was? C Taste und die X Taste Toggle View Category Change Mode Tab Das ist Foto Mode Mal Google bemühen vielleicht weiß das einer Ja ich habe nichts gefunden keinen Bockleiner zu suchen jetzt Ah Wieder irgendwas falsch gelaufen Change Set Bonix Bonix Qt Blablabla Ups Eliten Replays Das ist falsch gelang So Das wollte ich auch nochmal auf Fahrdrücken hier Oh ja Oh ja Du hättest im Schiff Okay Havi Hau am Schiff Ah Nice Geht besser Okay Also kann ich natürlich nicht bauen Das muss ich auch ändern Irgendwie muss ich das auch ändern können Äh Äh Was war das? Konsole Pitch Up Pitch Down Was ist denn dann Fn Taste Nix Also den anderen ein Was will ich ja voll Pitch Up Pitch um Dissert Hände Dissert Leit Dissert Dissert Das war Dissert Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss ihn mal gucken. Hm, das ist nice. So, das Eingemachte. Okay, das Bild bin ich direkt mal hier, 6 Pixel runter. Mhm, super, hab ich noch solid reingeballert, ja. Kann man ja nicht austauschen, ohne dass man es neu bauen muss. Hm. So, lass mal die hier rein zum Engel. Just guess. Okay. 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 Das war's für heute. wo ist man status das ist gut So, jetzt lege ich mich hier mit den Bauern los. Oh fuck, heißt das. Was haben wir denn? Was haben wir denn? und jetzt gehen auch kein problem hält sich gleich so ein orangen ball tank immer gerade schnell zu drücken Wow, vielleicht die Companion mal einfach zuhause lassen. Vielleicht hört das. Die Companion mal einfach zuhause. ja denn im fünften baustellen Uitz, der ist abgångt. man produziert ja aber nicht mehr so link zum wasser kann er nur acht storen oder mass 3 oder Ich habe einen Ratsch, ich habe einen Ratsch. Okay. Ich habe einen Ratsch. Wir haben einen Ratsch. Wir haben einen Ratsch. es ist ja 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 Mann, 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 wenn das Scheißding wegkommt, brauche ich nicht schon. Das brauche ich dann zum Hub oder irgendwo auch noch, bis die Platz ist. Sammy? Tatsächlich. Fuckin' shit. 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 Okay, check ich jetzt nicht. Ganz kleiner ist das doch noch. Ich hab immer gesagt, 1200er Modell, 1020er. Über 8000. Das ist ja schon klar. Klar, stärker. Und das ist eine Option. Ich weiß nicht, wo die Power zieht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist kein Lowrider. Sollte nicht rum. Das war's nicht für den Arsch und das ist perfekt so. Das war's nicht für mich. Verletzt er? Das war's nicht für mich. If you have the time I wish to speak to you. Sehr, sehr nice. Soll's cool aus? Ja. Aber wieder zurück. Sehen wo die Schüssel jetzt landet. Außer überschweinig. Das war's nicht für mich. 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 Na ja. Das war's nicht für mich. Das war's nicht für mich. War's nicht für mich. Aber was ich so will? Ich komme nicht für mich. Ich bin ja glücklich. Exakt 40 Fischer Sehr nice Landingpads kommen dann noch weg Dann wird das nice Kann man langsam anfangen sie einzurichten hier die Bruder Die Schüssel muss man natürlich auch schöner machen Eines Tages Wie soll man das denn machen? Nur hier spizieren Hier eine Rüstungsdemo rein Hier Lass mich in das Bei dir Dia Abont Abonnieren 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 Noch einen in der Mitte, hier ist einer dahinter. Aber das scheiß Ding ist ja gar nicht in der Mitte. Das ist echt eklig. Das kombinieren mit Waffenkammer. Schauen wir mal, ob das generell so beschissen ist. Oben wird die Aussicht hoffentlich nicht versaut. Baumschiff, Berge bei gutem Wetter, Landingpads weg, Container in der Ferne. Das ist mein Kitten-Squatter hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist meine Zigarette. Schön, war eh wahrscheinlich zu viel gebaut. Okay, Zeit für eine Mod jetzt. Hm. Gut. Warte ich jetzt mal mit dem anderen Shit hier rein. So, okay. Okay. So, ob also hier rein. So, ob auch Poster. Mm-hmm. Warning signs. Rocks or floor mats? Elemental and Fyro is this. Is there anything so big, friends? Luxury textile. It's fetid-ing. Okay. Geil ist das denn? Okay. Sehr gut. Erstmal alles ein bisschen hinballern. Man, die Idee bekommen, was wir noch alles brauchen. Luxury textile kann man ja nicht produzieren. So verarschen kann man das bitte. Mal zur Höhe fliegst du bitte. Mal zur Höhe fliegst du bitte. Sekig, dann kurz zur Höhe fliegst du bezahlst. Ja, ich gucke mal. Ich gucke mal. Okay, schön. Es ist ja nicht das so. Amen. Tja, Luxury Textile. Pain in the ass. Was soll das denn sein? Oh, das Buffet. Dann sehen wir auch einen Namen. Ne. Table, Table, Table. Kalkner Style. Hey, gib mir mal einen, der nicht scheiße ist. Schönen Baustuhl. Ich bin zu wuchtig, man. Das passt überhaupt nicht zu dem anderen Rewards. Ja, hier arbeiten. Mit Blick aufs Schiff. Na klar. Ja. Da kannst du was an. Haha. Das kommt von Gaming Chair. Ja. 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 und hier an der Seite zumachen guck was hier noch alles rein muss wir haben es erreicht Untertitelung des ZDF, 2020 Das Ding symmetrisch? Ja. Ich könnte auch fliegen, ja. Okay, am Ende dann doch eine ganze Schauer. Okay, am Ende dann doch mal. Okay, am Ende dann doch mal. Okay. 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 Amen. 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 Kale sobie łasowałem balon? Amen. Some bald cabinet? Taltas? No. Jetzt musst du irgendwie die Lichtlösung geben. Hm. So, lass dich gleich einmal hier irgendwo hin. Sculpture gibt's nur die. Richtig cool, wenn da sowas Licht ist. Laten wir die Hände halten, schnell. So, lass mich nicht nennen. Was ist das? No. Cool, Glas schlug da nicht aufs Wort, fernsefreie Bude hier. Licht. Gut. Was? 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 Was... Was? Du hast eine Vision für diesen Ort ist meine. Wenn du bald bist, können wir sprechen? Ich habe es noch einen Skitze. Ich habe es noch einen Skitze. Ich habe es noch einen Skitze. Ich bin auch nicht geladen. Ich habe es einladen. Ohne Lampen ist das ein Arsch. Ist jetzt was angegangen? Nicht so hell. Niente. Boah. Kann ich auszuhalten. Ist noch das Angenehmste. Gut, das läuft in einem Sondergebäude. Blasen soll ich keine Ahnung. War das da? Wackeln muss doch. Wackeln? Hm. Mission-Boards kann ich mal nicht logisch heißen. Mission-Boards kann ich mal nicht logisch heißen. Mach-Boards kann ich mal nicht kurz auf. Wackeln kann ich halt hier. Wackeln muss doch mal. Wackeln muss doch mal ist eineter. Wackeln muss doch mal dann sein. Wackeln wollen. Wackeln muss doch mal. Wackeln hat mich nicht gerecht. Wackeln hat mich nicht gerecht. Wackeln hier. Wackeln Wackeln mit einem Sondergebäude. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 also warum ist zwölfer er 50 schon mal testen funktion haben oder nicht vorderl an der rückseite ja ballern 1 nach oben habe ich es nicht vergessen weapon rex 2 stück cool die backpacks so ein händler mit tisch kombiniert das ist natürlich auch nice ist ja lustig bei dem mutter gar nicht ohne was es denn da mit gibt ich schneide nicht bevor es zu fressen werden und 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 Ich weiß nicht. Das ist nicht heute hier draussen. Okay, wenn alle das gleiche Konzept haben. Allerdings. Hier gar keine Fächer. Spannend. War ein Steg oder was? Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Intersects? Was ist denn ich hier? Was sind denn Dinger da? Im Ernst, im fucking Ernst? Was ist geil? Der Saft ist schon voll, da gibt's ja nie Ich bin sehr gespannt, was für ein Item gibt es denn? Das ist Skulptur wahrscheinlich Okay, jetzt war es schon mal da Mal schauen, wie die näher funktioniert Ja, ich habe ein kleppendispray Ein kleppendispray, das ist ein kleppendispray Ein kleppendispray, das ist ein kleppendispray Was ist das? So, weil es voll oder so So, weil es ein Ereignis ist So, weil es ein Ereignis ist Amen. Hm, wieviel? Kannst du nicht. Anscheinend geht das nicht so, das wäre voll die Hütte. Paper Raid? Achso. Ein zweites Friss. Got it. Ein zweites Friss. Ein zweites Friss. Bi Raid? Untertitelung des ZDF, 2020 Die Idee ist gut, aber nie zu hell. Die Idee ist gut, aber nicht zu schnell. Die Idee ist gut, aber nicht zu schnell. Die Idee ist gut, aber nicht zu schnell. Die Idee ist gut, dass Licht nur außen geht. Die Idee ist gut, aber nicht zu schnell. Die Idee ist gut, aber nicht zu schnell. Die Idee ist gut, aber nicht zu schnell. Die Idee ist gut, dass die Idee ist gut. Die Idee ist gut, dass die Idee ist gut. Die Idee ist gut, dass die Idee ist gut. Die Idee ist gut, dass die Idee ist gut. Die Idee ist gut. Die Idee ist gut, dass die Idee ist gut. Die Idee ist gut, dass die Idee ist gut. Die Idee ist gut, dass die Idee ist gut. Die Idee ist gut, dass die Idee ist gut. Die Idee ist gut, dass die Idee ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020